Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Disney-Kanal, heute spielen wir noch eine Folge über War Robots, heute werden wir diese zwei Kisten öffnen und mal schauen was wir bekommen, also wir bekommen einmal diese Sachen, die Items und ich will unbedingt den Ember und Igniter haben und wahrscheinlich auch DragonBlaze und Freedom Igniter. So und dann diese Kiste, dann kriegt man Mokomets, Charanga, Bulava Kisten, den Krayt Stryker, Insiderator Bauteile, Skollger Bauteile, Skate Bauteile, wieder Insiderator Bauteile, Insiderator, Skollg Bauteile, Insiderator Bauteile, Skollger, Skollger Bauteile und Skollg Bauteile. Ich bin mal gespannt was wir alles bekommen und wenn ihr noch mehr solche Videos möchtet, dann diesen kanal abonniert diesen knall lag das video dieses video abonniert mein kanal und aktivierte glücker und kein folter video zu fassen vielleicht verrede ich nicht mehr lange für starten direkt durch mit diesem pack opening also es hat schon ein pack opening so mancino chop card ok nächste Wunder oh den ghostfish und ich hab den ghost und ich hab den freedom igniter nächste Wunder kaboom automatisch öffnen und wir haben den blaze ja nice die goldene mitte ok ok ich nehme ein misser ich nehme ok mach dann blaze schade 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 aber so ich nehme mir eine misser wieder die goldene mitte wow gar keine von den zwei verändert und die letzte von dieser kiste schade ich hoffe die waffe das tut gut so jetzt kommt diese wow jetzt mal so öffnen ok ich hoffe entweder der roboter oder so direkt den roboter gezogen ok ich sag wir gehen mal da ok das gold direkt die die links so neuer kiste und wir haben direkt scharang gekriegt ich freue mich immer über die tatsächlich garantierte waffen oder roboter kriegen ach ich war auch ein 3000 aber auch nicht so schlimm aber auch nicht so schlimm und wir kriegen bulava äh guck mal da wieder das gold nice oh bitte gönnen wir den striker oder quit ok das war's jetzt mal kurz leider diesen weg von dem das weg das weg und den roboter weg sind zu orochi ähm das wollte ich nicht das wollte ich er kriegt er von mir diese woche mal und das kann er behalten so und dieser auch mal kurz weg roboter aufwechselnd zu den ja wir haben wir noch warte sind das titanen wir haben der ich bekommen habe das ist ein titan die zwei ja moin ähm wir nehmen erstes mal scharange so ist der krieg der wechsel ich zu der andere spinn dieser und dann kriegt er von mir der freedom igniter der der blaze ja da der shredder also das ist jetzt mein team und ich mache mal ein nächstes video wo wir mit diesem team ja in einem kampf zieren und bleibt dran auf das nächste video seid ihr auch gespannt es kommt höchstwahrscheinlich auch morgen also bleibt dran und keine weitere videos zu verpassen einfach die glocke aktivieren einfach mich kostenlos abonnieren ist garantiert kostenlos und dann sehen wir uns in dem nächsten video auf wiedersehen bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020